Guten Morgen und Hallo zu unserem neuen Video. Hallöchen. Nachdem wir jetzt schon seit was sechs Jahren zusammen hier im Wohnwagen leben und in diesen sechs Jahren auch schon sehr viel erlebt haben, sehr viel gelernt haben, dachten wir uns einfach, wir sprechen heute mal über, ja, ist dieses ganze Leben im Wohnwagen ein Beziehungskiller, beziehungsweise was ist der Beziehungskiller, oder ist es die große Harmonie und Zufriedenheit und, naja, für wen ist es vielleicht mehr geeignet, für wen ist es weniger geeignet, das sind eigentlich größtenteils, würde ich jetzt mal sagen, so diese, ja, diese eigenen Erlebnisse, persönlichen Erlebnisse und Eindrücke, die wir haben, kann natürlich für jeden anders sein, jeder selber ist da anders, jeder hat andere, ja, jeder hat andere Vorstellungen, jeder hat andere, ja, wie sagt man denn dazu, was die Beziehung angeht, also für jeden, genau, für jede Beziehung ist im Endeffekt anders und der eine mag das mehr, der andere mag das mehr und dementsprechend reden wir dort jetzt oder reden wir heute jetzt von unseren Erfahrungen und so wie es halt bei uns ist und vielleicht hilft es ja trotzdem dem einen oder anderen, der vielleicht vorhat im Wohnwagen zu leben mit Partner oder Freundin oder Frau oder wie auch immer, sich darüber auch im Vorfeld mal Gedanken zu machen, oder? Ich denke schon. Gut, habe ich alles richtig gesagt, bevor wir wieder Streit haben? Gut, ich würde sagen, nach unserem Intro geht's los, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran, bis gleich. Viel Spaß. Gut, ich würde sagen, nach dem Gut, ich würde sagen, nach dem So, also Beziehungskiller oder Harmonie. Ja, wir fangen mal so an. Ich glaube, was wir so am häufigsten zu hören bekommen, immer wieder, ist eben dieser enge Raum. Ihr habt ja gar keine Rückzugsmöglichkeiten, ihr sitzt ja ständig nur aufeinander und ich glaube, das sind so die häufigsten Dinge, die wir zu hören bekommen. Ja, die häufigste Frage, die uns gestellt wird, wenn man hört, dass wir schon so lange am Wohnwagen leben, ist wirklich dieses, wie kommt ihr zurecht auf so kleinen Raum und teilweise bei schlechtem Wetter, wir haben kein Vorzelt und dann ist man ja doch, wie gesagt, in einem engen Raum zu zweit und hat so, viele sagen, keinen Rückzugsort. Also der enge Raum an sich, klar, es sind Einschränkungen, die man in so einem engen Raum hat, aber ich sage das immer so ganz gerne, das ist immer so ein bisschen der Vergleich, den ich dazu ziehe, wir hatten, bevor wir in den Wohnwagen gezogen sind, hatten wir eine relativ große Wohnung mit 140 Quadratmetern und dort war es halt auch so, auf diesen ganzen Quadratmetern hatten wir in der Regel uns eigentlich immer gemeinsam, ich sage mal, in einem Raum aufgehalten. Also wir waren entweder zusammen im Wohnzimmer, sind da zusammen auf der Couch gesessen oder wir waren zusammen in der Küche, haben zusammen gekocht oder haben einfach dort die Zeit verbracht, weil einer gekocht hat und der andere halt erzählt hat oder wir sind zusammen auf der Terrasse gesessen. Wir waren zusammen natürlich im Schlafzimmer und wir waren eigentlich räumlich getrennt im Bad. Da waren wir die meiste Zeit räumlich getrennt und das haben wir hier ja auch. Also wir haben jetzt hier zwar in Anführungszeichen nur 17 Quadratmeter, das Bad ist räumlich getrennt zum restlichen Raum und dort sind wir auch räumlich getrennt. Und ja, also wie gesagt, in der Wohnung haben wir uns größtenteils wirklich auf engen Raum zusammen aufgehalten und das hat auch funktioniert. Ja, ich denke, die meisten haben einfach so, es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die wollen sich zurückziehen, die Tür zu machen, ihre eigenen vier Wände haben, ihren Rückzugsort, ihre Ruhe. Das hatten wir halt bisher noch nie, dass sich einer von uns gedacht hat, er muss sich jetzt so weit zurückziehen und alles um sich herum zumachen. Wenn, dann hat man immer noch die Möglichkeit wirklich rauszugehen, ist aber selbst bei uns nicht. Klar haben wir auch Streitigkeiten, natürlich streiten wir uns auch, wir zoffen uns mal, wir diskutieren, natürlich. Stimmt doch gar nicht. Aber ich glaube, jedem geht das so, jeder diskutiert mal, jeder streitert auch mal und hat so seine Konflikte zum Lösen. Also ihr merkt, dass ich ständig warte, bis ihr ausgesprochen habt. Ich darf hier nicht ins Wort fallen, das wäre ein ganz großer Streitfaktor bei uns. Nein, Spaß beiseite. Es ist so, ich kenne oder wir kennen Menschen aus persönlichem Umfeld oder aus Freundschaften oder wie auch immer man dazu sagt. Da kennen wir Menschen, die zu uns eben auch schon gesagt haben, wenn sie zum Beispiel arbeiten gehen, dadurch, dass wir beide ja auch hier vom Wohnwagen aus arbeiten und es macht zwar jeder sein eigenes Ding, aber wir sitzen uns dann meist gegenüber und ich kenne oder wir kennen da wirklich Menschen, die teilweise zu uns sagen, ich bin froh, wenn ich acht Stunden am Tag arbeiten bin und die Alte mal nicht sehe, in Anführungszeichen. Solle Leute kennen wir auch und das war bei uns so eigentlich nie. Als wir noch im Angestelltenverhältnis beide waren, da war es eigentlich auch so, dass wir uns eigentlich schon darauf gefreut hatten, wenn man sich dann sieht und wenn man dann im Endeffekt wieder zwei zusammen hat. Und das, denke ich, ist halt auch von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Ja, glaube ich auch. Und es sind halt auch so Sachen, gerade jetzt durch den engen Raum und ich sage jetzt mal der Bereich mit Bart oder sowas, wenn jetzt einer eine Beziehung ganz frisch startet und noch sehr naiv ist und so weiter und man ist, keine Ahnung, ein paar Wochen zusammen und denkt vielleicht, der Partner duftet noch in allen Sachen nach Rußen oder sonst irgendwas. Und Pupsen nicht und sowas, ne? Nein, dann sollte man das vielleicht nicht machen, dass man in einem Wohnwagen die Toilette benutzt, während der andere Partner mit drin ist. Denn dadurch, dass es räumlich enger ist, kann es halt mal sein, dass man den anderen Partner hört, wie er auf der Toilette ist oder vielleicht auch mal riecht, ja, im schlimmsten Fall. Meistens ist sie dann schuld, weil sie schlecht gekocht hat. Nein, das sind halt so Punkte, wo man bedenken muss. Und das sind Sachen, wo man sich halt drüber klar sein muss. Man hat hier nicht wirklich viel, ich sage jetzt mal Privatsphäre, aber es ist bei uns halt auch so ein Thema, was brauchen wir groß, Privatsphäre? Es ist im Endeffekt, wir sind schon immer so gewesen, dass wir eigentlich alles zusammen machen. Und deswegen gibt es da nicht wirklich was, oder gibt es eigentlich bei uns, hoffe ich mal, gar nichts, was der andere nicht wissen darf. Ja, nee. Nee, wir haben da keine großen Geheimnisse voreinander, Sonstiges. Man muss aber auch dazu sagen, Ja, du fährst mich ständig ins Wort. Natürlich. Da ist ja wirklich Stress. Genau das, was ich jetzt mache. Man muss dazu sagen, wo, als wir das gestartet haben, dass wir gesagt haben, wir leben im Wohnwagen, da waren wir schon zehn Jahre zusammen. Das kommt auch dazu. Wir haben schon zehn Jahre zusammen gewohnt. Ja. Und sind von kleinen Wohnungen zusammengerutscht auf große Wohnungen. Ja, wir hatten, was das angeht, wir hatten wirklich sehr minimalistische Wohnungen, die waren teilweise sogar wirklich nur wesentlich größer oder nicht wesentlich größer wie der Wohnwagen. Und dann eben auch eine relativ große Wohnung. Ja, wo wir viel Platz hatten. Mit sehr viel Platz, ja. Und das ist halt, denke ich mal, auch wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Aber eben, wie ich vorher am Anfang schon gesagt habe, wir hatten trotz viel Platz in der letzten Wohnung, hatten wir wirklich so, dass wir wirklich, es kam nie vor, dass einer 70 Quadratmeter für sich hatte, der andere 70 Quadratmeter für sich. So diese imaginäre Mauer oder was man da gezogen hat. Sowas kam bei uns nicht vor. Wir haben immer den Platz im Endeffekt oder zusammen uns auch auf engen Raum aufgehalten. Von daher ist es für uns kein, ich sage jetzt mal, kein großer Punkt. Nein. Was man dann eben noch als Beziehungskiller auch sehen könnte, sind eben Arbeitsaufteilungen. Da man hier ja im Camper, im Wohnwagen, beim Campen generell, es gibt ja andere Arbeitsabläufe, beziehungsweise andere Arbeiten, die anfallen. Und die müssen irgendwie aufgeteilt werden. Und dann ist halt da auch wieder die Frage... Jetzt ist es auch wieder ein Beziehungskiller. Genau. Und da ist dann halt auch wieder teilweise die Frage, wer macht was? Also es sind jetzt auch zum Beispiel Sachen, wo wir viel mitbekommen von, wenn wir jetzt auf dem Campingplatz stehen und es kommen dann, es kommen Menschen an. Da bekommen wir von anderen Menschen, von anderen Campern, bekommt man ja teilweise auch, ob man es möchte oder nicht, aber man bekommt sehr häufig von den Campingnachbarn die Streitereien mit. Und da weiß man dann halt auch viele Gründe, wieso, weshalb, warum. Und es ist zum Beispiel auch ein Punkt, das Toiletteentleeren. Wir haben zwischenzeitlich ja, wie wir schon mal gesagt haben in einem anderen Video, wir haben zwischenzeitlich ja eine Trockentrenntoilette. Ganz am Anfang hatten wir die klassische Chemietoilette. Da war es halt so, wir hatten uns abgewechselt, mehr oder weniger, mit dem Toilettenentleeren. Aber es war dann halt immer, wenn die Toilette voll war, man musste sie entleeren, wer macht das jetzt? Wer entleert die Toilette und so weiter? Da gibt es es auch bei vielen Streitereien. Bei uns ist es Gott sei Dank so gelöst worden, da neben mir eine Person sitzt, die oftmals denkt, sie hat in vielen Belangen Recht. Neu. Es kommt dann auch sehr häufig aber auch raus, dass sie nicht Recht hat. Und es war halt so ein Punkt, wo sie sich mal wieder ihrer Sache zu 1000% sicher war. Die war mir so sicher. Und ich mir eben sicher war, dass es nicht so ist. Und diesbezüglich hatte ich zu ihr gesagt, okay, wir wetten und der Verlierer macht für den Rest unseres Lebens die Toilette alleine. Und da sie sich so sicher war, hat sie die Wette eingeschlagen und ich habe ihr dann sofort den Beweis für ihre Niederlage gebracht. Und jetzt macht sie seit vier Jahren die Toilette ganz allein. Zwischendrin meckere ich ein bisschen rum, weil ich mir dann denke, irgendwann kann man das ja auch mal wieder. Wettschulden sind Ehrenschulden, jawohl. Und da hält man sich im Endeffekt dran. Wobei es einfacher jetzt geworden ist mit der Trockentrenntoilette. Da ist es ja gar kein großer Aufwand mehr. Und das ist jetzt nicht mehr mit Wiederwillen so gemacht. Ja, somit ist das Toilettenproblem eigentlich bei uns geklärt. Und dann ist auch ein ganz großer Punkt, wo zu Streitigkeiten führt, auch teilweise bei uns schon zu Streitigkeiten geführt hat, das ist, wenn wir am Campingplatz ankommen oder von dem Campingplatz wegfahren. Es ist für mich so, ich habe so meinen Ablauf. Also wir haben uns mal darauf geeinigt, Yvonne ist für die Arbeiten im Wohnwagen zuständig. Also hier alles fahrsicher zu machen, zu verstauen und so weiter. Und ich mache außen alles, ich kürbel die Stützen raus rein, hänge das Auto an, macht das Stromkabel weg, macht das sauber und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen außen mache ich, innen macht sie. Und ich habe mir über die letzten sechs Jahre halt so Stück für Stück meinen Ablauf im Endeffekt, den ich immer wieder mache. Und den mache ich so Stück für Stück immer gleich, mehr oder weniger. Und da weiß ich halt, ich habe alles gemacht und alles passt. Yvonne ist dann so, sie macht ihre Sachen innen. Und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, die eventuell nur Frauen verstehen, läuft sie dann aus dem Wohnwagen raus, um vermutlich mich zu kontrollieren. Was ich ja immer mache. Nein, sie geht halt aus irgendwelchen Gründen aus dem Wohnwagen raus, macht draußen etwas anderes und sieht dann, keine Ahnung. Man muss dann sauber machen und macht den Teppich zum Beispiel draußen sauber. Und dabei sehe ich dann was. Ja, sie sieht dann irgendwas draußen. Und dann denke ich mir, das kann ich auch gleich noch machen. Ja, das muss man ja eh wegräumen und dann räumt sie das weg. Oder muss man hinräumen oder muss man keine Ahnung was machen. Und im Endeffekt macht sie dann fünf Sachen gleichzeitig. Vergisst davon dann wieder drei Sachen, dass sie die angefangen hat, aber nicht fertig gemacht hat. Und letzten Endes sind da schon etliche Diskussionen bei uns aufgetaucht. Ganz einfach aus den Gründen, dass sie halt einfach vieles anfängt und dann nicht fertig bringt und dann wieder anderes dazwischen macht und so weiter. Ja, du bist so der strukturierte Typ. Du machst eins nach dem anderen durch und ich bin halt so ein bisschen der Chaosmensch. Also ich fange fünf Sachen an und mache die alle gleichzeitig. Bestes Beispiel mit den Stützen zum Beispiel. Sie kommt auf die Idee, sie kürbelt die Stützen rein und dann kürbelt sie zwei oder drei Stützen rein. Dann fällt ihr aber ein, so, oh, ich könnte noch was anderes machen und eine Stütze lässt sie draußen. Wenn sie zu mir aber sagt, pass auf, ich mache die Stützen rein, dann gehe ich von aus, sie macht die Stützen rein. Ein Glück, dass ich das kontrolliert habe, weil ich sie ja kenne. Ja. Weil ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn man losfährt mit einer Stütze, die noch draußen ist. Das hätte dann wahrscheinlich mehr Ärger gegeben. Aber wir haben ja in der Anfangszeit auch immer wieder, also bis ich das Ganze drin hatte hier und mit meinem kleinen Chaos. Also ich habe schon eine Flasche auf dem Tisch stehen lassen bei Abfahrt. Ich habe eine Schublade nicht richtig zugemacht bei Abfahrt. Das allerbeste Beispiel war, da wir ja zwei Hunde haben, wie viele vielleicht wissen, der Hundenapf vollgefüllt mit Wasser, weil man muss ihn ja fünf Minuten vor Abfahrt nochmal füllen, dass die Hunde auch was trinken können. Und ein vollgefüllter Wassernapf, da passen eins quasi fünf Liter oder sowas rein, den hat sie stehen gelassen. Und der hat sich dann über 200 Kilometer fahren, haben sich anderthalb Liter Wasser dann im Wohnwagen von links nach rechts und vorn nach hinten bewegt und haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass einmal der komplette Fußboden an so ziemlich jeder Ecke im Wohnwagen einmal feucht gewischt war, um dann auch gewischt zu werden. Ja, das war glaube ich aber das Schlimmste auch. Das war das Schlimmste. Ja, es gab eine Schublade, die rausgefallen ist, weil du sie nicht zugemacht hast. Aber selbst da ist nicht viel passiert. Genau. Was ihr nach sechs Jahren immer noch regelmäßig passiert, das ist, der Wohnwagen ist ja in Bewegung beim Fahren, das ist ja selbstverständlich, das ist ja logisch. Und wenn wir am Platz ankommen, das Erste, was sie macht, oder was heißt das Erste, was sie macht, aber sobald wir dann aufgebaut haben und so weiter, sie reißt dann irgendwann die Kühlschranktür auf und meistens fällt ihr dann der halbe Inhalt des Kühlschranks entgegen und verteilt sich dann hier mitten im Wohnwagen, damit wir dann halt am neuen Platz nochmal eine Inventur machen können, zu schauen, ob wir einkaufen müssen. Es sind halt jedes Mal Punkte, ich glaube, das passiert, glaube ich, wirklich an jedem Campingplatz. Das hatten wir in sechs Jahren vielleicht zweimal, dass es nicht passiert ist. Das ist immer, wo ich zu ihr sage, warum? Du weißt es doch. Es passiert doch immer wieder. Es ist doch erst vor einer Woche oder vor zwei Wochen passiert. Dann mach doch einfach die Tür nicht gleich sofort auf, sondern einfach nur ein Stück und guck, was dir alles entgegenkommt. Ja, ich glaube, zwei oder dreimal habe ich daran gedacht, voll Party gemacht, weil, ja, ich habe daran gedacht. Ja, das ist auch so ein Ding. Sowas kann auch ein Beziehungskiller sein, wenn es immer und immer wieder passiert. Aber ich habe ja dann doch einen Menschen an meiner Seite, der mich kennt und der genau weiß, dass ich in manchen Sachen einfach unverbesserlich bin. Ja, ich meine, da könnte man, glaube ich, über so Sachen, da könnte man, glaube ich, ein ganzes Buch schreiben. Ja. So diese Kleinigkeiten, wo für mich vielleicht teilweise logisch sind, wo ich dann vermeide, wo sie eigentlich der volle Trampel ist. Was aber andersrum wahrscheinlich mit Sicherheit genauso ist. Also gerade so als Beispiel auch, das ist so ein Punkt, das bemängle ich auch schon. Seit Jahren, haus ruhig raus. Ja, seit Jahren. Das ist, der Wohnwagen hier steht auf dem Platz. Wir haben hier kein festes Fundament, wir haben hier keinen festen, betonierten Boden. Sie läuft hier den Wohnwagen auf und ab. Da ist es teilweise, wenn ich hier so schaue, meine Kaffeetasse oder wie auch immer, das sieht dann aus wie bei Jurassic Park, wenn so ein Binosaurier kommt. Da sind Wellen innen drin, in dem Getränk, weil sie hier, sie kann ihre Beine nicht heben beim Laufen. Ich denke da nicht. Oder ich springe dann hier durch, weil sie gar nicht will oder mit der Musik mit hüpft oder so. Ja, oder sie hat eine gute Laune und hüpft und tanzt und ich komme mir vor, als hätten wir hier eine Hurricane Stufe 3. Und dann, ja, keine Ahnung. Das ist eine Beigung. Naja, 2,2,5. Ach, schön. Ja, das sind das so Kleinigkeiten. Ich meine, kann man jetzt auch sagen, ja, kann man sagen, dass ich das vielleicht zu genau nehme. Aber das sind halt so Sachen, wo ich dann sage, okay, nee. Da achtest du viel mehr drauf als ich. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, boah, ich sage dir das jedes Mal. Und das könnte theoretisch auch ein Beziehungskiller sein. Ja. Aber wie gesagt, ganz am Anfang auch schon gesagt, das ist halt auch wieder abhängig. Das ist, wir haben viele Punkte bei uns. Ich sage jetzt mal nicht, wo einen stört am anderen. Nein, die Macken halt, die man hat. Aber so Macken, wie halt dieses fünf Sachen anfangen, nur zwei Sachen zu Ende bringen. Hier so rumhüpfen wie so ein Elefant oder so. Das sind Sachen, wo wir nicht streiten. Also ab und zu schon. Ja, natürlich, wir sind ja auch nur Menschen. Es kommt natürlich immer drauf an. Wenn man jetzt einen schlechten Tag hat, hat schlechte Laune, dann reicht vielleicht so ein kleines, so eine kleine Macke, die man seit Jahren kennt, dass es mal kürzen Streit gibt. Aber ich sage mal, bei uns sind die meisten Streitereien sind bei uns, ja, relativ schnell vorbei. Also da ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, ist halt auch wirklich, aber das ist es in jeder Beziehung, nicht nur im Wohnwagen oder beim Leben im Wohnwagen, ist halt auch die Kommunikation miteinander. Die muss halt stimmen und dann denke ich, passt das Große und Ganze auch. Ja, das ist halt immer auch eine Frage. Wenn ich jemanden wirklich liebe, dann nehme ich den mit seinen Macken. Und dann muss ich halt für mich entscheiden, kann ich mit den Macken, möchte ich mit den Macken leben oder eben nicht. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Klar, da haben wir gegenseitig Macken, wo man manchmal an die... Ja, du bist ein bisschen mehr wie ich, aber... Wo man manchmal den anderen auch an die Wand klatschen könnte für, aber wir sind uns, glaube ich, da einig, dass wir mit den Macken des anderen auch gut leben können. Ja, eine der... Weil wir gerade bei den Macken sind, direkt noch eine Macke. Einen drauf. Nochmal einen raus, ja. Wahrscheinlich fällt den Zuschauern jetzt auch auf, dass du mehr Macken hast wie ich. Natürlich, ja, ich erzähle ja auch nichts. Dann wissen die ja auch, wie schwer ich es eigentlich habe. Ja, du bist so ein armer Mensch, ein ganz ein armer Mensch. Aber, also ich schätze mal, jeder will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, 80% der Männer, die mit dem Wohnwagen und ihrer Partnerin campen gehen, die wissen jetzt, was ich meine. Das ist dieses, wenn man am Campingplatz ankommt und versucht, rückwärts in die Parzelle zu fahren und ich sage zu ihr, schau mal bitte, wie viel Platz hinten noch ist und sie steht dann hinterm Wohnwagen, damit ich von ihr weder links noch rechts im Spiegel oder sonst irgendwo etwas sehe, weil sie einfach direkt hinterm Wohnwagen steht. Das ist auch so ein Punkt. Aber es ist besser geworden im Laufe der Jahre. Ja. Es passiert immer noch, weil ich ihn dann wirklich im Spiegel suche. Aber am Anfang, ich muss wirklich gestehen, am Anfang, ich stand einfach hinterm Wohnwagen, habe mir gedacht, oh, der sieht mich schon, ne? Ja. Und der hat mich gesucht und hat mich nicht gefunden. Es gab ein paar Mal... Es gab ganz viele Frauen, die sowas machen. Es gab ein paar Mal die Momente, wo ich mir einfach dachte, ich fahre so weit, bis sie schreit. Das ist wie das Piepsen im Auto vielleicht. Aber das ist halt so ein Punkt mit dem... Also das, glaube ich, kennt jeder. Ich habe ein paar Mal gesagt, solange du mich über die Spiegel siehst, also mein Gesicht über die Spiegel siehst, solange kann ich dich in der Regel auch sehen. Ich habe dazu gelernt. Man lernt dazu, ja. Nicht mehr ganz so schlimm. Manchmal noch, wenn ich wieder andere Sachen nebenher im Kopf habe. Ja. Und gut, sonst, das ganze Thema Beziehungskiller, Harmonie. Also ich muss sagen, für uns war jetzt nicht wirklich was dabei, wo man... Also in den ganzen letzten sechs Jahren, muss ich sagen, hatten wir hier jetzt auf dem wenigen Raum nicht wirklich Probleme. Nein. Wo man jetzt sagen könnte, das wäre jetzt mehr gewesen, dass wir streiten oder sonstiges. Muss ich wirklich sagen, bei uns gar nicht. Und... Also wie gesagt, wir haben, klar, unsere Meinungsverschiedenheiten. Ja, aber wir hatten auch vorher Streit, wo wir mehr Platz hatten. Das ist ganz normal. Genau. Ich muss sogar sagen, also so ist es zumindest bei uns. Wenn wir uns früher mal gezofft hatten, dann war es halt teilweise so, dann ist der in dem Raum, der in den anderen Raum. Und dann war es teilweise so, dann hat sowas wirklich über mehrere Stunden angehalten. Das ist jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so. Richtig. Wenn wir uns jetzt zoffen, dadurch, dass wir nicht in den anderen Raum können, dann ist es eigentlich so, dass wir relativ schnell wieder miteinander reden, weil diese trüge Stimmung dann doch irgendwie doof ist. Ja, ja. Und für uns ist es dann sogar eher Harmonie. Richtig. Als Beziehungskiller. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ja. Also uns hat es gut getan. Ja. Und es würde uns natürlich mal interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Ja. Was wäre denn für euch so ein Beziehungskiller oder so ein No-Go oder... Welche Macken habt ihr? Genau. Und könntet ihr euch das vorstellen, auf so engem Raum miteinander zu leben? Oder sagt ihr, nee, so auf so engem Raum wäre so gar nichts für mich. Und es käme auf den Versuch an. Ich habe anfangs zum Beispiel gesagt, so eben im Spaß, also das sollte man jetzt nicht zu sehr falsch verstehen. Ich habe anfangs im Spaß immer gesagt, so naja, was soll denn groß passieren? Entweder es geht gut oder wir lassen uns nach vier Wochen scheiden. Dass wir jetzt seit sechs Jahren immer noch verheiratet sind, sagt natürlich ganz klar aus, dass ich sehr unter dem Antoffel stehe. Nein, ich glaube, das sagt einfach aus, dass wir... Dass wir eine gute Lösung gefunden haben. Ja, gut miteinander harmonieren. Ja, glaube ich auch. Und deswegen im Großen und Ganzen war es das schon mit dem Video. Wie gesagt, schreibt uns da gerne mal in die Kommentare, wie sieht das bei euch aus? Was wäre für euch der Beziehungskiller? Könntet ihr euch vorstellen, auf 17 Quadratmeter oder auf so wenig Platz generell zu leben? Und ja, in dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche. Bleibt alle gesund und bis dann. Ciao. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020